Wo ins Nirwana raus und ihr ballert die weg. Genau. Also ich würde auch sagen, wir machen sozusagen Vierer und ein Einarteam. Und äh... Ja. Geben wir den Sniper oder was? Ja, ich gebe den Sniper. Man könnte natürlich auch sagen, der Sniper und ein MG-Schützer, dass die sozusagen ein Unterdrückungselement sind und die anderen sind das Kampfelement. Könnten wir auch machen. Das wäre insofern ganz gut, weil man natürlich, äh, weil das MG natürlich gerne jemanden hat, der es scouten kann. Also, beziehungsweise spottet. Richtig, stimmt. Ja, stimmt. Ja, genau. Dann macht ihr bei den... Desolated Frye sind dann ein Team. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber Frye hat doch gar nicht MG hier. Hansga und Zuck sind MG. Hansga und Zuck haben's. Was gerade irgendwie... Äh, wieso? Na, ich wollte jetzt einen Sniper und einen MG zusammenpacken. Ja, aber in MG haben Hansga und Zuck uns nicht. Achso. Frye. Achso, Frye ist ja im Medic. Ja, sorry. Irgendwie war ich gerade neben mir. Okay. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe euch alle Verbandmaterial aus meinem Rucksack genommen. Nebenzu zwei Binden. Bandagen. Achso, guter, guter Punkt, ja. Bleib mal stehen. Bleib still. Äh, Hansga und Zuck, wer von euch möchte, äh, mit auf den Sniper-Posy gehen? Da habt ihr da Präferenzen? Ja, egal. Würde ich auch machen. Dann machst du dazu, Jakob. Zuck. Blau. Zuck. Jetzt haben wir schön weiß-blau-weiß-blau-weiß. Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall mal noch drei Morphine und ein Epip dabei, ne? Im Falle des Falles. Epip kannst du stecken lassen, das kannst du ja nicht benutzen. Das kann ich nicht benutzen? Nee, weil du kein Sani bist. So, dann... Da reinpacken drin. Ich nehme noch mehr in zwei Mal von Dorschen. Zack. Für fesche Uhren eigentlich auch so Höhenmesser. Jetzt ist das ein Haarland? Ne, ne. Achso, auf W und ne. Oh, war das so, oder? Ich bin voll. Alles klar. Ovi Klock. Wie lange überlegen die denn jetzt? Verdammt, Ovi Klock. Ey, eine schnelle Runde, ey. Das scheitert schon immer dann in so einer Entscheidung. Ich glaube, die gehen da wieder da runter, ja. Haaser, Buck, oder wie das heißt. Oder... Was ist das? Ah, Chuck. Ah, Chuck finde ich am besten. Waren wir da vorhin schon auf der Map, oder was? Ne, ne. Ne, oder? Takas hat man noch nicht gespielt. Das sind aber, glaube ich, gespawnt, weil sie sind nicht mehr da hinten, ey. Ne, doch, die sind noch da. Die sind noch da. Achso, ja, stimmt. Da sind sie. Die kriegen nur eine Nachricht, wenn sie spawnen. Ah, jetzt. Okay. Und die sind sie? Ada. Bei? Aha. Ja, schöne Scheiße, ey. Wie, das ist da irgendwo am Arsch? Okay, dann lasst sie uns spawnen, wie alter, einfach hier. Aber wäre mal eine Möglichkeit, wenn man versucht, möglichst schnell zu sein, irgendwie? Ja. Genau. Wir spawnen zwar den Helikopter, aber ich benutze den nicht. Wir laufen einfach direkt los. Äh, warte mal nach. Wir müssen nach Norden. Norden, Norden. Wo soll ich hin? Na, wo. Norden, erst mal. Äh, wissen die, wann wir gespawnt sind? Ne, ne? Doch, wissen sie. Scheiße. Schon mal richtungsmäßig aufteilen, bis hin? Doch nicht. Ähm. So weit ist es gar nicht. Ne, ne, das ist da hinten schon an diesem... So, stopp, mal kurz hinlegen. Und nach Norden gucken. Äh, müssen wir die schon fast sehen können. Ich guck mal mit dem Rangefinder kurz. Der Bunker ist leer. Äh, äh, wo sind die? Ach, gerade Zungen, da in diesen Silos, oder wie? Ne, die müssten noch am Hang sein, eigentlich. Hinterm Bunker, unten im Tal, im Prinzip. Oder hinter den Felsen. Da können wir doch schnell noch vorrücken, solange. Ja, genau, wir rücken mal noch weiter vor. Ich auch, oder was? Ja. Ach so, äh, ja. Ähm, Sniper kann eigentlich mit MG kurz hier liegen bleiben. Hier in so einem Busch, oder so. Und dann, äh... Würde fast vorschlagen, im Osten auf den höheren Hügel noch auf. Ja, ich finde auch, ne? Im Osten? Das ist zu weit weg. Das ist aber auch sehr weit weg. Na gut, dann bleiben wir halt liegen. Genau, bleib einfach kurz liegen, bis wir ein Stück vorgerückt sind. Da, falls die jetzt irgendwie direkt dahinter in der Kante vorkommen, oder so, dann haben wir keine Deckung. Dann rückt jetzt blau, äh, weiß erstmal weiter vor, und blau, äh, kommt dann einfach nach. Kann man ja mal sagen, wie weit der Bunker weg ist, mit dem Rangefinder? Ja, ja, kann ich sagen, warte. Der Bunker ist bei... 710 Meter. 700? Ach du Scheiße. 700 Meter Bunker. Ich kann nicht hier hochstellen. Äh, Page Up, Page Down. Ich glaube, da passiert aber nichts. Ach so, bei dem kannst du es eventuell nicht machen. Du musst dann mit dem, äh, Visier zielen. Ah, okay. Okay, wir müssen weiter, sonst verlieren wir einen Zeitvorteil hier. Ja. Die Tonne bewegt sich einen Berg runter, Richtung Nord. Die werden vermutlich am ehesten bei Bunker gucken. Das heißt, wir laufen jetzt so ein bisschen links am Hügel lang, also Richtung Westen. Umlaufen sozusagen so ein bisschen den Hang. Blau kann uns schon folgen und parallel ein bisschen laufen Richtung Osten. Fuck, es ist überhaupt keine Deckung hier. Der Frequenzwechsel ist dann 8 hoch. Ich bin Sani. Sind die jetzt hinter dem Hügel oder wie? Hinter der Kuppe? Äh, Blau vorrücken auf Bunker. Verstanden. Ja, die sind jetzt hier sozusagen hinter der Kuppe Richtung Nord. Am besten wir bei den Felsen hier legen wir uns schon mal hin. Okay, ich zeichne. Ich zeichne jetzt mal unsere Position ein. Wird so ein Weißes markiert? Sichtkontakt zum Bunker sind parallel von euch im Osten. Bunker lebt. Ich zeichne mal kurz mit dem Rangefinder hier die Sachen ab, wo sie hier stecken könnten. Keine Feindbewegungen in meinem Sichtfeld. Wir sind tatsächlich bis zum Bunker vorrücken, da sind wir relativ ungedeckt erst mal. Kontakt. 15 Grad. 400 Meter. Moment, ich checke nochmal, ob ich einen schöner. Auf der Karte markieren. Ja, Taktik mit MG. Zwei Personen. Entfernung 300 Meter. Könnt ihr, Hansker, Frey, könnt ihr euch ausrichten? Seht ihr die? Blau, weiter vorrücken. Sie sind alle drei da unten. Feuer startet es gelb, erst wenn sie Feuer erwidern. Die bauen gerade noch ihr Camp auf. Blau vorrücken, bis ihr Sichtkontakt habt und dann melden. Gut, ich kann feuern. Zug, wie lange braucht ihr noch? Wir haben jetzt Lichtkontakt zum Laden. Okay, fertig machen zu feuern. Voll. Freu, frei. Mg, denner. Klar. Hier, Status. Sind Team Blau ist noch da, verlagert ein bisschen nach Wett. Okay, ich gucke mit Rangefinder. Feuerschutz. Feuerschutz. Könnt ihr jetzt Feuerschutz geben, dass wir vorrücken können? Ja, ich bin noch weiter nach Osten gerückt, ich sehe jetzt ganze Lage. Okay, Weiß bereit machen zum Springen. Ich habe keine Feindbewegung, kein Vorderrücken. Nein. Alle bereit? Okay, dann Blau, Feuerschutz geben, bitte. Weiß rückt vor. Beim Taktik ist einer. Oh, das war dann mal eine schnelle Runde. Ja, oh nice.